Herzlich Willkommen und ja willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar spielen wir perfekt in der folge wird es hauptsächlich eigentlich nur darum gehen die charaktererstellung zu vollziehen weil wir sehen können hier gibt es einfach abartig viele auswahlen und ich werde auch alles vorlesen auch wenn ich nicht so der Filmform vorlesen bin aber werde ich machen zum spiel ich spiele das spiel blind also ich habe es noch nie zuvor gespielt ich habe auch keine ahnung was auf uns zukommen wird die grafik sah in dem trailer eigentlich relativ gut aus deswegen habe ich mir gedacht hey zockst du es mal einfach an und ja wie gesagt dann fangen wir jetzt auch gleich an und labern nicht viel drum rum ich werde beginnen mit den menschen herkunft der menschen die starken seelen gelangen in die welt der feen während die schwächeren in der welt der sterblichen zurückblieben wo sie hungerten und tag und nacht von bestien angegriffen wurden allmählich entwickelt entwickelten sie reale körper die ursprüngliche die ursprungsgestalt der menschen dies ist die menschliche rasse wie wir sie heute kennen nach dem blutsee desaster wurden nur die stärksten von den göttern erwählt um in der perfekte welt zu leben cool und die können anscheinend zwei klassen auswählen hä really champions und zauberer oder zauberer menschen sind extrem flexibel und können sich schnell neuen umständen anpassen zauberer sie kämpfen aus der ferne indem sie schadens zauber auf ihre gegner wirken sie beherrschen die elemente wasser wasser, kommer wasser, ja wie wasser, naja kapier ich nicht man kann also noch weiter runter plattern aber weiß ich nicht wie naja ähm ja ok dann wären wir bei den chimären sind irgendwie katzenmenschen sozusagen herkunft der chimären als die welt geformt wurde gab es verschiedene pflanzen und tiere der schein trügt vulperinen mögen süß und verführerisch aussehen doch enormes potenzial birgt sich in ihnen neben starken angriffen besitzen die sie die fähigkeit tiere zu zähmen und sich in einen fuchs zu verwandeln ähm ok sie sind hervorragende verteidigungskrieger mit der höchsten gesundheit und verteidigung aller klassen sie lassen gezähmte bestien für sich kämpfen und vergiften ihre feinde cool dann ist das also nur so ne ich soll ich sagen speck oder so gehen wir weiter zum windelfen herkunft der elfen als götter und menschen noch direkt miteinander verkehrten zeugten sie zusammen eine neue generation von halbgöttern die götter segneten diese kinder mit flügeln und der fähigkeit zu fliegen cool die erste generation von halbgöttern wurde zu hervorragenden bogenschützen mit schwarzen flügeln wenn sie von menschen frauen geboren wurden und zu meistern der magie mit weißen flügeln wenn sie von göttinnen geboren wurden daher stammen die schwarzen flügel und weißen flügel cool cool kleriker sie machen sich heilzauber zunutze und sind auf wind donner und blitzschlag spezialisiert das sind sozusagen die heiler schätze ich jetzt mal und die bogen sie sind geschickte und flinke krieger die fernangriffe nutzen ok bogen schützen würde ich jetzt mal raten mk ich weiß halt ich weiß so meeres kinder die meeres kinder sind ein uraltes volk dass die gottheit des wassers verehrte nach dem blutzeh desaster verlieh diese gottheit den meereskindern die fähigkeit sowohl auf dem land als auch im wasser zu leben am tag des untergangs wurden die meereskinder in die perfect world gebracht später zog dieses dieser gott den zorn der anderen götter auf sich sie wurden auf die andere seite des meeres der wirklichkeit verbannt nachdem sie nachdem sie 50 jahre lang den ozean durchwanderten durchwandert hatten gelangten sie an die weite es weit entfernte unsichtbare barriere sie nannten sie sie nannten sich von da an meereskinder cool mental ist sie nutzen mysteriöse kräfte um ihre gegner unschädlich zu machen und schaden auf sie zurückzuwerfen assassine sie fügen ihren feinden schweren schaden aus dem hinterhalt heraus zu vergleichbar irgendwie mit den schurken was man jetzt nicht wirklich vergleichen könnte aber wenn man vergleicht ja ihr wisst was ich mein dem halt da waren wir schon erdwächter ja gut jetzt mit einer aktion herkunft der erdwächter in der welt der sterblichen stieg die anzahl der seelen nach jahren des krieges und mehr mehr und mehr an so dass sich die götter ihrer annahmen und den guten einen friedlichen schlaf schenkten und die bösen reinigten nach 500 jahren stieg der stieg die zahl der bösen seelen jedoch stark an woraufhin die götter die guten seelen erweckten sie mit magischen kräften ausstatteten und ihnen ein drittes auge verliehen welches sie von da an als erdwächter auszeichnete da gibt es einmal die mystiker sie beschwören verschiedene mächtige kreaturen die sie für sich kämpfen lassen ja das habe ich glaube ich gelesen keine ahnung weiß ich jetzt gar nicht mehr und die suche sie beherrschen die kampfkunst und die magie und nutzen das element metall für ihren schwertkampf und dann hätten wir hier noch die nacht schatten nacht schatten ursprung mit dem schutz des göttlichen kindes haben die göttlichen folien die insel der himmlischen krieger überlebt sie haben sich in der nation von garum niedergelassen und leben mit dem ein mit den einheimischen schnitter als kang jan das göttliche kind der ersten generation im sterben lag benannte er seinen nachfolger jade mond das nächste göttliche kind zur selben zeit gewährte er seinen leuten die kraft des mondes in gedenken an kang jan tragen seine leute seither den namen nacht schatten ich weiß nicht ob ich gut im vorlesen bin entschuldigt wenn ich mich dämlich anhöre das ist ja dämmer klingen flinke und berichtigte kämpfer die im nahkampf mit ihren säbeln leicht die oberheit gewinnen oder sturmrufe mit der macht von eis und donner schwingen sie ihre sensen um alles böse zu beseitigen ich habe jetzt gerade wirklich keine ahnung welches volk wir nehmen und auch welche klasse wir da spielen eigentlich bin ich ja mehr so der magi magier typ und fernkampf fritze ich habe wirklich keine ahnung was wir nehmen das ist wirklich heilsauber will ich jetzt eigentlich nicht volkerine zähmte bestien für sich kämpfen und vergiften ihre feinde menschen Menschen aber ich glaube wir nehmen jetzt einfach mal ein Mystiker okay dann wenn wir hier jetzt die sind schon ein bisschen komisch aus also ich muss wirklich sagen die charakterqualität hat schon was für sich äh benutze definierte die ok nein das vor einste hä bäh ähm ähm m ah ja ok ja das lassen wir es einfach mal so ruchen Äh, das war, ich hab keine Ahnung, Augen, ja, nein. Wir nehmen jetzt einfach mal die hier, braun, gibt's dann schon nur eine, Satz, okay, da hab ich keine Ahnung, was das ist, äh, ja, ich glaub, das passt so, das ist, ah, cool, wir können sogar das Zeichen da oben dran verändern. Ähm, das sieht sich aus. Ich glaub, wir nehmen das da, ja. Ich hab natürlich jetzt vergessen, einen männlichen zu nehmen. Das war da auch nicht, ja, gar, Gesicht, die sehen schon komisch aus, also die Männer sehen wirklich, komisch aus, sag ich jetzt mal. Ja, da die, pff, die Ohren zieht man nicht, das ist cool. Hm. 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 Alter, das ist halt aber nur schlechter. Wie nehmen wir das, ich hab da echt, das ist kein Nerv dafür. Das sieht irgendwie alles kacke aus, aber, hey. Hm. Das lassen wir jetzt auch etwas so. Dann nehmen wir auch wieder, ja, das da. So, und. Oh ja! Oh ja! Glosser! Nein! Gott ich hoffe es nicht natürlich Männlich das Gesicht lass mal so das war auch so das ist der Mund und Nase so jetzt sind wir glaube ich wieder da drüben waren da will ich da verändere ich gar nichts weil nicht dass ich dann noch irgendwas schlimmer mache wie es schon ist Tja definitiv nicht äh nee nein oh Gott ey da hat mir ehrlich gesagt also eigentlich gefallen mir die Frisuren alle nicht so wirklich aber die sieht noch am ertragbarsten aus sag ich jetzt mal Gesichtsbehaarung das soll jetzt bisschen schön sein aber das sieht einfach nur selten derblich aus Textur das soll jetzt bisschen schön sein ok ich hab keine Ahnung was das sein soll aber hey Farben ganze Farben hä äh nein 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 das lass mir so genau pinken äh Schatten bitte was Haarfarbe alter Schwede Haarfarbe Haarfarbe haben sie wirklich mehr als Auswahl lastig gemacht aber Haarfarbe haben sie wenige das ist wirklich witzig Tja nehmen wir einfach das da jetzt ich hab das ist das ist Augenfarbe ich boah Haarja Na nehmen wir das Bartfarbe haben wir keinen Hautfarbe Lassen wir so das ist Dame So ich hoffe der wird und ist noch nicht vergeben natürlich der ach sehr gut mit 2 aus Mistiger Level 1 wir haben noch 8 Minuten hm ich weiß immer noch nicht ob der typisch die richtige Wahl war aber das ist uns raus hinten schauen wir doch mal rein in die Welt von Perfekt World International Betrechte ahja anscheinend ist so viel auf den Servern los dass wir in eine Warteschlage geschmissen wurden ähm Krieger wenn ihr das nächste Level der geistigen Bildung erlangen wollt dann müsst ihr nach ihr nach Stadt Loremai klar und mit hm Mang Mang dem Taoist sprechen sobald ihr ein geistlicher Adept geworden seid Willkommen in Perfekt World Willkommen in Perfekt World Ich bin hier um euch bei eurem ersten Schritten in Perfekt World zu helfen Klickt mit der Maus um fortzufahren nochmal einfach mal ja das ist drückt die Tasten W A S und D um euch zu bewegen oder klickt mit der Maus an der Punkt in dem ihr euch hinbewegen wollt cool ähm äh ok ups jetzt habe ich es verkicklicht ahja aber die Steuerung ist wenigstens nicht so wie in Fiesta Online W A T A W A T A W A T A W A T A W A T A F U A Kacke Alter äh A Kacke jetzt habe ich vergessen das vorzulesen geht das nochmal die Klassen der Erdwächer sind der Suche und der Mystiker Suche beherrschen die Kampfkunst und die Magie und nutzen das Element Metall für ihren Schwertkampf Mystiker beschweren verschiedene mächtige Kreaturen sie sich für sich kämpfen lassen ähm cool Alter zieht euch das mal rein man die Sprünge das ist doch nicht normal alter was haben wir im ähm was ist mit uns los dann da sind wir hier mega Beinkräftler oder wie wir haben gedopt so siehts aus jene im Einklang mit dem Elementar Elementen der Natur werden Zugang zu ihren Mächten haben ähm hä jetzt Moment mal ahja ahja da stehen äh ahja man kriegt hier Hä hä ah ok hat gelackt cool das das finde ich nice also es gibt's das finde ich das Gute an Online MMORPGs die haben hier so Quest Belohnungen die meisten also an Free To Play Dingsies ALTER was sind das HA was ist das Rotblütentau wird beim Tod nicht fallen gelassen kann nicht abgelegt werden kann nicht gehandelt werden kann nicht dem Auktionsdressor abgelegt werden cool 3 Sekunden 450 gesundheit mana ok 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 ähm ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurecht finden weil wie gesagt ich hab das Spiel noch nie gespielt und wo sind denn überhaupt die Quests hier normale Quests das haben wir angenommen findet Sekron Shin Sekron Shin im Lager und lernt mehr über die Quests Quests verwendet wer ist die bla jaja und das der Charakter hat Level 9 erreicht was ah das ist die Siegbedingung glaube ich ah cool halt nein kacke es gibt hier anscheinend Auto-Move cool jetzt kann ich mich zurücklehnen und eierschoppeln ha das ist nice äh das ist ziemlich cool aah halt halt bleib hör auf aah oh man alter was ist denn jetzt oh Gott ich hoffe echt nicht dass ich mich allzu dämlich anstelle hä auf dem eh Maus spinn jetzt nicht rum was muss man jetzt machen auf den Weg es klickt auf die Quest in die blablabla ahja kürzt dann hm ah also das Auto-Routing finde ich schon geil vor allem das wenn wir angekommen sind da einfach den gleich auch anspricht das ist cool das könnten sie in so manch anderen Spielen auch ekelhafte Essenz alter das läuft das läuft uns sogar zu den Quest-Gegenständen hin ich glaube ja alter also das finde ich wirklich schon manche würde sagen das geht noch zu einfach aber bevor wir das machen die Zeit sagt nur noch eine Minute leider also ich hätte noch ein bisschen länger aufnehmen wollen aber das ist Doppelsprung ich weiß nicht was ich davon halten soll meine Meinung nach ganz bisschen zu krass also die Map ist wirklich so riesig gemacht dass das normal ist da wie gesagt eine Minute noch ähm suchen wir uns einen guten Platz wo man chillen so lange ha das ist nice ähm ahja sooo dann würde ich mal sagen das war's mit diesem Let's Play denn auch wenn das Let's Play grundsätzlich eigentlich nur für die Charakter-Erstellung draufgegangen ist aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe ihr werdet da auch wieder einschalten und ja dem Geschehen hier zuschauen und ja wie gesagt dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dann ja das ist das ist die